Damit er auch endlich mal Gold abbringt. Oh mein Gott! Ja, danke! Oh, das ist ein Gegner-Skill. Und zwar verdammt geil dafür. Oh, da unten ist das nächste Rätsel. Sehr schön. Timo sagt einfach nix mehr. Ja. Der muss Fanta trinken. Sonst wird Butcher sein. Wow! Alter, wir hatten die Falle ausgelöst! Das war Timo. Pisser! Komm ran, Timo. Wer steht da? Sagt nix. Ja, komm doch! Timo! Du bist ein bisschen weiter, man. Kommst du jetzt mal ran, Junge? Nur so nett wie du das ganze Zeit immer wirst du was bei mir. Mikro geht grad nicht. Ja, lass jetzt mal hier nächste drücken. Hallo? Ah! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das hier, ja. Komm ran, Timo. Ich will nicht mehr eins nehmen. Ja, ich wollte mal die Falle aktivieren, wenn ihr durchlauft. Ja, danke. Kann man gemerkt. Kann man gemerkt. So, jetzt müssen wir hier wieder die Zeichen suchen. Ein, ein Ochse wieder dieses Zweibein. Oh, oh, Achtung! Ja. Also, lass mal die Bilder suchen wieder. Ja, ich hab hier Bilder. Ach sie, ja. Ja, ah ja, okay. Das ist geil. Alle Bilder, hier sind auch Bilder. Ja, du musst sie alle sechs von links nach rechts vorlesen, bitte. Langsam. Ja, hier sind erstmal Gegner. Zweibein. Ja, okay, zwei. Moment, langsam, langsam. Zweibein. Hopf. Zweibein. 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 Hopf, hopf. Perfekt. Dankeschön. Oh. Oh, es gab es hier. Oh, es gab es hier. Sollte. Tief, drüber. Tief, drüber. Ah, da war der erste. Ha? Ah! Gut scho. Na? Ja! Ich werde mich über zusammen. Ich werde mich über zusammen. Oh, Hilfe. Ah, das muss mir zum Weg. Alter, ich werde echt nicht ver→. Achst, ich werde. Jaaah! das wäre der dieses Ich weiß nicht, ob sie... Ich weiß nicht, ob sie... Ich weiß nicht, ob sie... Oh, ich sehe es, ich sehe es... Ich sehe es... Warte mal, ich kann aber was... Ich habe ja nicht... Oh! Ja... 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 Aber... Ich glaube, die haben wir alle... Was haben wir? Wir haben alle diese Supershow... Oh mein Gott! Gold! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe wieder so ein komisches Movie-Ding! Alter! Ey, du kannst da drüben an der Kiste noch eine Maffe mit dem Ding, was du gefunden hast, auch besser, ne? Ja, ich habe ja schon ein Ding dran... Ja, du kannst mehrere hinzufügen! Du kannst mehrere Dinge haben! Das ist nicht wie in welchem Leben! Zumindest bei den besseren Waffen! So, wo müssen wir denn jetzt weiter? Weiß ich nicht! Ich weiß nur noch die Woche versuchen, mir mein Gold zu klauen! Das finde ich echt gemein! Ich suche jetzt wieder Gold! Oh fuck! Irgendwann ist noch viel wird hier! Oh, ja! Sehr gut! Ja! Ich suche jetzt! Ich weiß es nicht! Oh, ja! Das ist Gold! Mein Gold! Was ist das? Was ist das? Nein, er hat mich nicht gefühlt. Er hat mich auch gefühlt. Oh, schlank. also langsam mein gold hier drüben ja dann muss er vielleicht irgendwo noch wohin drehen oder so kann man hier irgendwie reagieren ja doch man kann man kann mit dem kreis hintergehen nach unten hinter dir ja da muss einer draufstehen aber da passiert hier unten ist noch was nochmal auf den da hinten ja da oben ist was ja da oben ist So schnell! Ah, so gut, okay. Ah, so gut, okay. Jut gemacht! Leute habt ihr auch die 4.000 Gold gekriegt auf der Brücke? Ja. Ist gar nicht so reich wie immer alle sagen. Ja ok. Hi Pip. Machen wir mal weiter. In der Mitte glänzt Golden. Ich will es haben. Alle Branden auf den. Gold, 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 Gold. Oh nein. Wir haben einen Platz mit dem Kupfer. Was ist das? Vielleicht hat es etwas zu tun mit all diesen magischen Muggys-Statuen. Warum renne ich denn? Das war ich. Ich hab das riesenfette Ding flambiert und du wolltest dich unbedingt mit reinstellen und mitflambiert werden. Und dann hab ich danach gut, wenn du das jetzt so möchtest. Bitte. Ich wundere, ob das so wie ein paar Potionen hier in die Brigade drohen. Das ist auch die falschen Knöpfe. Das wird aber auch alt. Die falschen Knöpfe drunter. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, der Weg. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe mir einfach gepanzert. Hör! Tracks! Nimm! Ich würde hier so eine coole Ballast haben, weil ich nicht so einen coolen Ansturm. Ich wollte ihn nachverführen. Oh Gott! Was war das jetzt? Verwählt oder wie? Oh Gott, nein, Allah hier. Ich schieße uns nichts mehr mit einer Stütze. Ja, aber das... Ich habe ihn nur in die Kraft. Wir müssen auf den Weg gehen. Ja? Wir müssen immer mehr in die Kraft kommen. Alle haben mich gefehlt. Wuuuuh! Zetteki! Das ist ein Zwei! Der Zwei ist aber neu! Aua! Aua! Oh fuck! Das wird alles so hell! Oh dringend dringend! Ja irgendwann auch auf dem Ausrufezeichnungs-Level. Team Kamerad besiegt! Oh der DJ! Das ist ein Zwei! Viel! Timo! Wir müssen die dazu raus holen! Ach nee, die müssen sie auch holen! Warte! Ja! Aua Timo! Auf geht's mit dir! Oh Gott! Hüpp! Achtung, der retten! Brennen der Stier rum! Ja das macht das! Wir lassen uns da alles anziehen! Hehehehe! Ja ich kann das! 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 Auf die Treppe rum! Boah! Fick die Hände, man! Dieser scheiß! Alte der scheiß! Auf Hilfe! Mit dir auf! 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 Ja! Hier liegt auch noch ein Hals rum! Hier auf der Treppe Ja ich glaube jetzt haben wir langsam mal eingesammelt hier oben Achtung! Ja meine Hauptwaffe ist leider leer Das ist sehr belastend Achtung Nate Der muss es doch irgendwo Muni geben oder? Ja und Muni ist leer Achtung Nate Ich kauf mir noch ne Smash-Hack-Sache schnell Scheiß auf Geld, super Gibt mir was gut Ja Wo sind sie? Ja Sehr gut Ich bin im dunkelroten Begeist vom Leben Sehr schick Holy fucking shit Der Scheiß in Ordnung Der Scheiß in Ordnung Der Scheiß in Ordnung Der Scheiß in Ordnung Ja Strange Der Scheiß in Ordnung 15 Ich hab zwei Spieler gerettet Ehre Alle aber wir haben alle Relikte gefunden diesmal Der neue Relikte hat vollständig Nice Wollen wir weiter machen oder mal auf Heiramt? Eine dauert eine halbe Stunde Eine geht noch Ja ich könnte auch noch Mein Weckerkling ist morgen 5 Also nachher Mein Weckerkling ist morgen 5 Mein Weckerkling ist jetzt nicht, aber Timo, du bist auch todkrank Richtig Und das ist richtig Das ist richtig Ich bin ein ganzes Mal Ich bin ein ganzes Mal